Ja, hallo! Du lebst noch? Ja! Bis zu dem Speicherpunkt hier. Also was will ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja, ich hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich mir helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Dann habe ich ja das gleiche Problem. Wie auch mit Jack. Ich speichere mal kurz, damit ich das nicht nochmal anhören muss. Falls ich sterbe. So. Das heißt, Mutti geht es ähnlich. Ist hier irgendwas los? Nein. Kann ich nichts reinpacken? Ich habe keine Videokassette. 44er im AG, eine Magnum, viel Rückschlag und hohe Mannstoffwirkung. Ja, neun Münzen wäre natürlich ein Traum. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe lieber mehr Leben. Wobei Glass Cannon mäßig mehr Schaden machen ja auch, wenn man keine schlechte Idee ist. Ja, aber geil. Wohnwagen ist sick. Da geht es weiter. Aber ich laufe hier erstmal alles ab. Jeden Winkel. Nicht, dass ich hier noch ein Münzchen übersehe, weil... Ich möchte ja alles mitnehmen. Vor allen Dingen eine 44er Magnum. Pillen. Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Aha. Interessant. Das ist anrüchig. Von der anderen Seite verschlossen. Wo geht es denn da hin? Hof. Altes Haus. Da muss ich doch dorthin, oder? Aber wahrscheinlich komme ich da einen anderen Weg zurück. Gut. Ich lege die Pillen ab. Münze weg. Ich bin weg. Jetzt habe ich wieder Platz. Und Angriff. In Richtung altes Haus, weil... Achso, ich war doch... War ich schon an der Tür? Nee. Ich bin sowas von lost. Was ist denn das? Zu verwenden das Objekt. Was für ein Hightech-Scheiß haben die denn hier? Brauche ich dafür eine Karte vielleicht? Zwei. Eine rote, eine blaue. Kaum zu glauben, dass ich in dieser ganzen Hütte drin war. Könnte auch mal wieder den Rasen mähen. Aber ansonsten ist es echt schick. Das ist hübsch. Erinnert ein bisschen an Avengers. Hier war Mia. Das habe ich schon mal gespielt. Und die Mutter war hinter mir. Oh Junge, diese Babys. Drecksau. Hör auf zu wackeln. Hier gibt es noch was zu holen. Ja. Und nützt. Na dann. Ich höre es doch schon hinter der Tür. Irgendwas Summendes ist da drin. Was ist denn das? Errungenschaft freigeschaltet. Besser als nichts. Da ist noch so ein Ding. Die wollen mir doch bestimmt nichts Gutes. Die Schweine. Die ist das letzte Mal zugegangen. Da bin ich sicher. Jetzt kann ich sie öffnen. Was zum Geier ist denn da hinten los? Seht ihr das da durch den Schlitz? Da? Was zum Geier ist das? Und hier hat jemand trotzdem eine Katze. Festbrennstoff. Ein entflammbarer Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird. Kann alleine nicht verwendet werden. Wunderbar. Oh. 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 Was ist hier los? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Hör mal auf. Hör mal auf jetzt. Äh. Drecksau. Komm ich da... Darf ich da nicht vorbei? Dieser Schwarm hat anderes mit mir vor. Na. Tschüss. Kann ich diesen... Kann ich den Schwarm nicht bezwingen? Okay. Dann brauche ich anscheinend irgendwas, was Feuer macht, nehme ich an. Du lässt mich hier nicht vorbei, wahrscheinlich, oder? Na gut, probieren geht überstudieren, ne? Ne, ich komme hier nicht vorbei. Okay, 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 okay. Ihr habt es ja verstanden. Alles klar. Alles klar. Lass gut sein. So. Hier war ich doch auch schon mal. Und hier hat Mutti mich verfolgt. Aber hier ist doch auch noch mal so ein Ding. Schieß upstairs. Go up. Don't go up. Naja. Wir werden sehen. Tschüss. Juhu. Ja, lass gut sein. Leicht auch hin. Ich werde hier nur angehittet. So, nach rechts. Wo ging es hier hin? War ich hier schon mal? War ich hier? Hier war ich doch noch gar nicht, oder? Boah. Was ist das denn wieder für eine riesen Hütte? Hier ist zu. Das ist noch beschissener. Äh. Verbierst euch. Verbierst euch. Verbierst euch. Verbierst euch. Äh. Hey. Ist ja mal. Seid ihr jetzt mal fertig da? Uh. Errungenschraf freigeschaltet für Munition zu schade. Offensichtlich. Ich habe kein Kraut mehr. Ich kann also auch darauf schießen. Okay. Oh, da hinten schwirrt es auch schon wieder. Oh Mann. Was ist das denn hier bloß? Was? Oh. Ah. Fissig. Nase, ey. Schießpulver. Attack it. Machen wir erst. Aha. Was ist denn das hier? Ja. Festbrennstoff und flüssige Chemikalie ist Kraftstoff für den Brenner. Und für Flammengranaten. Und mit Pillen und flüssigen Chemikalien mache ich Psychotonikum. Okay. Ja, machen wir das nochmal. Was habe ich denn jetzt davon? Kraftstoff für den... Achso, ja gut. Jetzt habe ich mir Kraftstoff für den Brenner gemacht, den ich noch gar nicht habe. Super. Das ist nicht so unfassbar gut gelaufen. Aha. Aufmachen. Ein Dietrich. Ähm. So, ich habe... Ich wechsle jetzt erstmal die Munition da rein. Jetzt habe ich bessere Ammo, oder? So. Kann ich darauf schießen und es kaputt machen? Heh. Sieht nicht danach aus. Da geht es aber rüber, oder? Kann ich das... Kann ich das nicht kaputt machen? Geht das nicht kaputt? Okay, okay, okay. Ich lasse es ja schon. Muss ich da drauf schießen? Oder... Also, ey, ich verstehe es nicht. Ich... Kann ich das kaputt machen? Mit der besseren Ammo. Tatsächlich. Es ist im Arsch. Genau wie ich. Was ist hier? Hier muss ich... Irgendwas einsetzen, damit... Was auch immer passiert, passiert. Wahrscheinlich die Zugbrücke. Die hochgefahren wird. Okay. Alles klar. Geh weg. Kraut. Eine Brennerdüse. Was bedeutet das? Anscheinend kann sie mit etwas anderem kombiniert werden. Ich weiß genau, womit. Ich weiß genau, womit. Okay. Ich brauche hier also Feuer. Das ist nicht schlecht. Da habe ich Bock drauf. Dann geht es erst mal weiter rein, denke ich. Weil hier... Ist ja dann erst mal nichts zu holen. Ich komme... Da nicht rück... Warum? Warum? Warum denn? Da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon. Wo muss ich denn jetzt hin? Nee, lass mal. Nee, lass mal. Nee, lass mal. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Da. Hallo. Hallo? Da. Au. Karte des Hauses. Wir kommen in die Galerie. Hier war ich auch schon mal. Alles schon mal passiert. Aber jetzt liegt das Ding nicht da. Uh, Brennergriff. Aber ich habe wie immer, Gottverdammt, nicht genug Platz, um den ganzen tollen Kram hier mitzunehmen. Ach, scheiße. Ist das ein Rucksack? Nee. Und ein Speicherpunkt. Geil. Das ist super. Ich kann jetzt mehr Objekte tragen. Das, wovon ich stundenlang geredet habe, ist endlich passiert. Ja. Vier. Vier mehr. In dem verschissenen Rucksack. Ach, come on. Das ist doch nicht wahr. Okay. Ich bin trotzdem dankbar. Das ist geil. Dann nehmen wir jetzt die Brennerdüse. Jawohl. Kombinieren. Nee. Wähle. Hm, mit kombinieren. Oh, Moment. Kombinieren mit dem da. Ich habe einen Flammenwerfer. Ich habe einen Flammenwerfer. Geil. Das ist der absolute Hammer. Das finde ich richtig gut. Jetzt knallt es. Ich gucke nochmal kurz, dass ich noch was weglege. Und dann gibt es hier aber saures. Es gibt tatsächlich einen Flammenwerfer in dem Spiel. Das ist der absolute Hammer. wir uns im得en, wir verstehen. Vielen Dank w assembly. Vielen Dank. Danke. Wir lassen Sie erst mal kurz mal kurz. Vielen Dank.